Das hier ist ein Überfall. Hey du, mit der Zeitung. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Es hieß, es sei dringend. Margaret, wo sind Jenny und Valerie? Sklavenhändler? Sie nehmen Frauen und Kinder gefangen und verkaufen sie dann an die Compradores. Wir können sie aufhalten. Du meinst nur wir beide? Gegen den Trupp? Ganz genau. Diese Männer gehören wahrscheinlich dem Vatuku-Trupp an. Sie sind die skrupellosesten aller Menschenhändler, die ich je gesehen habe. Sie haben unsere Töchter hinter die Grenze gebracht. Jenny und ich überlegen uns zu heiraten. Wir finden sie. Du bist Ivan. Er lebe ich dir. Er lebe ich dir.